So, und ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Moos hier, dann geht's mal richtig gut hier, läuft. Oh, nächster. So, kommt zwar viel Scheiß runter, aber es geht ja nicht. Oh, das ist so richtig angenehm. Also man merkt es echt, diesen einen Levelaufstieg hier, einfach, weiß ich nicht, 250 mehr oder was man hat, am runden Anfang, das merkt man einfach. Ich glaube, es ist hier wesentlich leichter. Wenn man die Farmen gut baut, dann läuft es richtig rund. So, warte mal. Da, da, da. Moos hier noch, genau. So, fertig, das reicht mir da ausbauen. Weave 20. So, was macht man feines? Ich mach jetzt gleich noch eine Spike Factory. Ich bin jetzt richtig lustig. Weave 21. Oh, da kommt ein bisschen was. Oh, 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 oh So, läuft. Jetzt habe ich aber gar nichts redet. Das ist ein Scheiß. Gut, wir schnappen uns ein Bötchen. Bötchen ist immer gut. So, Problem erledigt. Hupsele, wer kommt da bis in das Runkel? Schnappen wir den mal. Den hofft, er ist hässlich und wohl ist. So, was machen wir jetzt Feines? Geldsparen. Geldsparen ist gut und dann ist er... Wee, 24. Wee, 24. Zwei Routen. Na schön, na schön. Aber die werden nicht recht weit kombinieren. Zwei Routen. Zwei Routen. Zwei Routen. Da kommt ein bisschen was hier. Aber es geht, es geht, es geht. Es gibt Schlimmeres. So, dann würde ich sagen, wir machen uns hier nochmal fette, dicke, spikies. Zack. Bam, 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 bam. So, wir sehen uns immer. Wave 6-120. So, wir sehen uns immer. Wave 6-120. So, das geht sich aus, scheiß drauf, ich brauche die Farmen jetzt nicht mehr, wir machen jetzt Endspurt hier, das heißt, ich richte jetzt schon alles her, für die letzte Wave, dann gehen wir da so ein Speckino hin, bam, 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 so, Wave 27. Perfekt, so, wie viele Bäume eigentlich? Äh, 15.000, scheiß wie Millionär, Wave 28! Jo, bis dann, SM! Hm, das kriege ich preislich nimmer hin hier. Aber egal, da ist ein Supermaki Bastion, so wie er ist. So, wie viel ist denn das wert? Das können wir verkaufen, dann kann ich den auf Max machen, ist besser. So, Wave 29, die letzte Wave, da kommt sicher so ein kleiner grüner Ekliger. Das ist ja gut, da ist auch geil, das ist schon etwas Neistisch. Wann, das ist doch hier, das ist ja gut. Ja, da ist das eine Frage. Aber jetzt fährt sie ja genau. Das ist ja falls, da ist ja nicht so, was ich wieder hier. So, der Grüne ist einmal weg. Das läuft. Das noch und das noch. Das müsste Ruhe sein hier. Fertig! Und gewonnen! Läuft. Und ein Paket habe ich auch geklappt. Das ist doch was Feines hier. So, läuft das hier. Schauen wir mal. Aber bitte ein gescheites Paket. Nicht so ein Pipifax-Paket wie vorher. Scheiße. Gut. Mittel. Scheiße. Also wieder ein Standard-Paket zu sein. Oh, läuft, läuft, läuft. Das kriegen wir schon hin. So, kann ich das jetzt machen hier. Yo! Das können wir machen, weil ich brauche hier noch ein bisschen. Dann kann ich das sogar schaffen. Wenn der das nicht abcheckt, dass ich das einnehme. Und er das nicht verhindert. Weil der ist auf jeden Fall besser wie ich. Dann könnte das was werden. So, würde sagen, probieren wir den Scheiß hier. Ich müsste gehen. Ich bin auch ein Level höher jetzt. Das hilft mir am Anfang auch ein bisschen. Geldmäßig und so. So, wie sieht denn hier aus? 75. Das schaffe ich doch nie im Leben, ey. Ich wüsste nicht wie. Hm. So, wo bauen die Dinger hin am besten hier? Vielleicht da unten anfangen. Dann bauen wir. Oh, was ist jetzt die Frage? Wir bauen hier. Die Dinger? Das reicht nochmal fürs Erste. Ach, den kriege ich ja sowieso nicht. Scheiße, der ist verboten. So, dann stelle ich mal. Dann stelle ich mal. Warte mal. Ich stelle mal den hier hin. Ein bisschen auf die Seite. Ich überlege schon für nachher, wo ich welche Tower baue. Und ich will so ein bisschen hier in die Ecken. Sehr, sehr viele Spike Factories. Das ist so das Ziel. Ob das funktioniert, ist natürlich eine andere Frage. Aber, ups. Aber probieren kann man es ja. Also, Wave 2. So, bringen wir Geld, Wave 2, bringen wir Geld. Viel Geld. Sehr viel Geld. Ein bisschen mehr wie viel. Ein bisschen übermäßig Kohle hier. So. Zweite Farm ist in der Haus. Läuft. So, dann müssen wir den hier machen, weil es uns geringer aufstehen. Aufs Auge. Und zwar so richtig aufs Auge. Jawohl. Läuft, läuft, läuft. Das da. Dann was gegen Stahlblums hier hinten. Damit kann man leben. Und wir haben was gegen Stahlblums. Das ist easy, 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 easy. Was ist jetzt wieder? Oh ja, 100 Mal habe ich das schon gedrückt. Don't show the shit again. Und trotzdem kriege ich es immer wieder again. Also, ernsthaft. Scheiße. Das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Oh, es geht sich aus. Ich habe beschissen ausgesehen, als es ist. So. Wave 7. Und nämlich gleich eine dritte Farm hier. Da gehen wir es jetzt richtig an. Aber I just can't let you know. Und ruf 8. Es wundert mich, dass es noch kein Stahlblum gekommen ist. Das wundert mich echt jetzt. Aber wir haben auch noch hinkriegen. So, zack, abgegradet. Jetzt gibt es ordentlich Asche hier. Fuck, 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 fuck. Das ist nicht gut. Fuck, fuck, fuck. Reißen wir uns mal zusammen. Die ekligen kleinen Stinker. So, Wave 9. Okay, da sind die Stahlblums. Aber die kriege ich hin. Das sind jetzt nicht so viele. Das geht. Aber trotzdem, da müssen wir noch ein bisschen was basteln. Ey, sehr schön geht's hier raus. Wir haben die dicken Dinger. So, dann werden wir es schon schön. Da ist, können wir hier noch. Gut, eine vierte bauen wir auch noch. Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Früher oder später nehme ich es ja sowieso. Von daher, ist schon okay. So, machen wir die Kacke hier hoch. Jetzt kommen wir wieder einen Haufen Stahlblum. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Oh, scheiße. Das ist aber ein Problem jetzt. So, warte mal. Wie machen wir das? Wir machen das so. Und so. Und so. Jo. Gute Entscheidung. Knappe Sache. So. Ich brauche hier mehr Wumms in der Hütte. Pass auf. Jetzt machen wir mal hier das Gegenbrust zum Aktivieren. Das wird der erste. So. Und dann werden wir den Upgreen. So. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier bei den Farmen, ne, da oben ist jetzt blöd, dann machen wir das gleich so. Wir machen wieder mal einen Cut, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.